Oh je, der Stanese ärgert das Interview. Das fängt ja gut an. Der ist nur traurig, dass er nicht interviewt wird. Nein, also Knechte, heute von Anfang an mal gespielt. Wie wichtig ist das Spielpraxis zu sammeln, gerade wenn vielleicht in der dritten Liga an Verteidigern wie Matu Wieler und Stein nicht unbedingt ein Vorbeikommen noch in Sicht ist. Das ist absolut wichtig für mich, gerade in den jungen Jahren, nach der langen Verletzung nehme ich jede Spielminute mit. Und irgendwann ergibt sich die Chance und dann bin ich da. Du hast es angesprochen, viele Verletzungen. Ich gehe davon aus, dass du im Training trotzdem Gas gibst. Was motiviert dich, nach wie vor 100 Prozent zu geben, gerade nach so schweren Verletzungen? Erstmal, ich liebe den Fußball und Fußballspielen macht Spaß. Es gibt immer einen Grund, weiterzumachen. Nach so langen Verletzungen ist es einfach schön, gesund zu sein. Und jede Woche hart trainieren und irgendwann bekommt man die Chance. Und dann muss man da sein und dann muss man die Leistung zeigen. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Danke.